Und, ne, das ist ein anderer. Ah, okay. Ich bin jetzt blau, scheiße. Was jetzt? Ich bin jetzt blau. Weil ich's gesucht hab, ne? Ja, ja. Ey, Digga, das ist übelst irritiert. Irritierend, ja, ich weiß. Und ich hab keinen Fraps an. Scheiße. Hab vergessen. Hä? Ey, ich bin übelst... Ich bin auch voll von mir irritiert, scheiße. Ich hab grad auch versucht, ja. Du bist blau. Ich bin rot. Du bist blau. Ich bin rot. Du bist blau, ich bin rot. Sergio Busquets. Okay, ich schau immer noch auf, blau. Digga, das nächste Mal such ich nicht, okay? Ja, das ist echt voll farbiert, ey. Ich weiß nicht, du hast auf einmal Ketten. Das ist es! Also die Chance hat er verstanden. Du bist blau. Lauf doch vor, Mann. Ja, aber ich kann ja nicht in den Abseits reinlaufen. Du bist blau. Du bist blau. Nein! Nein! Ich wollte nicht fallen, ich wollte nur Ball nehmen. Ja, indem du was? Ja, grätschen aber. Auf den Ball grätschen, ja. Auf den Ball grätschen. Du bist blau. Alle sind voll schnell, trotz Regen oder was? Die Jugend ab. Oh, Scheri! Nein! Das ist klar, Mann. Abseits. Ja, du siehst ja das selber. Abseits ist einfach, wenn kein Spieler mehr von denen dahinter ist. Ach so. Hinter denen, die du anspielst, weißt du? Ja, aber das passiert öfters auch ohne, dass Abseits ist. Warum? Ne, ist immer. Ja. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ja. Suarez? Sieht gefährlich aus. Oh! Ach so. Oh mein Gott. Alter, wir müssen den Kapitän wieder wechseln. Jetzt hab ich ätzend einen mit blauem Rot. Nee, ey. Du musst wieder Kapitän sein und suchen und alles. Unbedingt. Auf dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Das war der Führungstreffer. Das war der Führungstreffer. Das war der Führungstreffer. Da ist schon wieder drei Stück, ne? Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Gib ihm. Jetzt aber. Ja, aber. Oh! Alter, will's mich verarschen? Ich hab so geschossen wie immer, Alter. Was? Was? Ich hab so geschossen wie immer. Was war das denn? Alter, laden wir mich hier zu, Mann! Ich hab so geschossen wie immer, das war der Spieler oder Regen oder so. Ah, geil. Kommen wir unten, unten. Ja, bin allein, ne? Einfach rein. Schade. War gar nicht spät eigentlich. Schön. Ah, kacke. Ja, absetzt. Dödo, wo wissen? Aber gib einfach rein, selber. Ja, aber du könntest dich ja frei spielen, wenigstens. Es stehen noch tausend Leute frei, hier oben. Ja, da war nicht. Hab ich doch gesagt. Was soll denn das werden, Alter? Ich glaub, die kennen uns zu schlecht, oder? Alter! Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Iniesta. Ein Versuch der Balleroberung. Was? Junge. Philipp Lahm. Robin. Mega. Schön. Oh, das war ja echt. Lahm. Letzert. Und Achtung, genau hingeschaut. Hau rein. Da! Du warst da! Willst du mich verarschen? Du warst bis Blaumann! Ja! Ja! Du warst da! Nein! Du warst da! Nein! Nein! Auf keinen Fall! Du warst da die ganze Zeit, du... Ich hab noch ein Video an. Ich hab noch ein Video an. Du warst da, 100%. Ich hab die ganze Zeit... Echt? Ja! Ich bin nur die ganze Zeit mitgelaufen mit einem anderen. Der Name euch mal wird! Du kannst ja gar nicht so viel machen, aber es geht halt immer richtig. Alter. Ihr habt doch gesagt, warum machst du das nicht? Für die Kapitän! Was für eine Blutgrätsche! Aber was für ein schöner Sprung! War ich das jetzt auch? Ja! Ey! Kein Bock mehr! Das hat mich schon mal gewöhnt. Nee! Ich mach keine Veränderung! Nein! Mann, warum kriegt die eine Veränderung? Uhhh! Verbeten, Mann! Ich will blau sein! Ach! Er steht da sehr schön. Aber er steht aber auch ziemlich falsch. Also das hat überhaupt keine Stelle zu tun. Es ist völlig falsch berechnet. Ey, die haben wieder so Glück, die Wichser, ne? Ja. Warum nehmen eigentlich alle immer die Mannschaft? Drück mal mit den Pfeiltasten, ne? Ganz nach rechts ein paar Mal. Das hat totaler Angriff. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Mach mal. Ja, also. Bitte! Digga! Du bist blau! Ich hab doch versucht abzupassen. Manchmal auch für die eigene Mannschaft. Barsche. Hol' mir noch auf. Hey, warum haben die einen hoch? Ja. Er hat mich gestreift. LOL. Ich wollte eigentlich wieder was anderes sagen, ne? Ein Traum. Ja, zwei Leute. Das geht ja noch, ne. Es kann sich aber schnell wieder ändern. Ja. Du musst auch auswechseln, ne? Gleich. Ne, wenigstens auswechseln. Kapitän. Der unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist. Flo! Und pfeift die zweite Halbzeit. Das ist blau. Unten bin ich. Auch. Alter. Ah, okay. Da müssen wir ja bald ausdauern sollen. Auswechseln ist schon gut. Wir haben ein paar Gute zum Auswechseln. Du sollst Kapitän sein. Was? Hä? Da waren doch noch Spieler hinten. Da war ich, glaub ich, zu spät gepfiffen. Wegen Vorteil oder was? Ja. Ja, ich denk's. Oder was? Oh, cool. Deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Also bisher natürlich zu bemitleiden der Torhüter. Renn weg! Renn weg! Renn weg jetzt aus, du Bastard! So muss man sich als Abwehrspieler fahren. Du bist blau. Gut, hier haste! Ja, warte kurz! Worauf steht denn da keiner, man? Ey, das ist so irritierend, Flo. Ja, ich, aber bei mir ist das auch mal schon. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Wir hatten die fertig gemacht, wenn ich glaub. Zu früh und dadurch ist es ganz klares Abseits. Da, ich spiel gerne ganz hinten. Passt du vor? Ich komm nicht. Jetzt hat... Lewandowski. Geht er rein! Wie ist das Eisregel, Alter? Hast du gesehen, wie last er war? Ja. Jetzt geht er durch. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen Abseits. Da siehste, pass auf, jetzt spielt er ab. Und der steht hinten, weißt du? Und keiner von uns steht mehr dahinter. Ja, ja, jetzt, ich versteh das schon. Aber manchmal ist es so wie vorher. Ich spiel ganz vor. Was, der Wichser? Der wusste gar nicht genau, weil ich mach nur. Es hat wieder Abseits. Dabei waren doch welche vorne. Siehst du? Ja, aber wenn die von hinten reingelaufen kommen zum... Ja, das... Es gibt auch komplizierte Regeln, aber das ist im Grunde das. Und Ivan Rakitic. Suarez. Langemal. Kann Neymar damit was anfangen. Uh, ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Das war die einzige Chance, die er hatte. Götze. Nicht vergessen, passen. Kollegen helfen ihm schön. Ah! Ich kann den Torwart auch gar nicht rausholen, ne? Werde ich gerade? Kann auch nur Kapitän. Was hast du gesagt? Ich kann den Torwart auch nicht rausholen, hab ich gesagt. Oh shit. Ich bin auf Zeit, oder? Sergio Busquets. Ja genau, Alter. Die Huren sind. Hast du gesehen? Ah ja. Der Huren so, ne? Flieg nur daran, weil wir blau sind. Er läuft ins Tor, der Bastard, Alter. Ohhhh. Unfassbar schlechte Leistung. Ganz klar. Haha. Ich stehe drauf. Was? Ich bin auf blau, ne? Lass mal auch nochmal reinlaufen, oder so. Oh. Guter Pass. Ach so, die zerren sich halt auch, ne? Wenn die erschöpft sind und so. Okay. Auswechseln und so. Was? Ah, ist Obruch gesalten. Und nun Riolen Messi. Die Wichser man, der weiße St. Das wird auch als Abseits gegelten, Colton, weißt du, wenn der aus schießt und der den dann gleich bekommt. Ja, ja. Oh oh. Mach doch was, mach doch was! Alles klar, Alter! Mach doch was! Genau, da fanden, los und... Ja, ja, ich hab die Scheiße wieder aufgemacht, Alter! Jetzt fliegt alle auf mich an! Auf einmal, ja, er passt voll schräg, Alter, auf einmal bin ich der Spieler! Ja klar! Thiago. Oh, weiß ich... Ja, ja. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Es gibt nochmal Freistoß. Du bist blau, ne? Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Ja, ey. Da haben wir ausgerutscht. So kann das passieren. Das Spiel ist doch vorbei, ich will wieder blau sein, ne? Was? Das könnte was werden. Sofort abbezogen. Was? Alter. Ja, Regen beim dieser Schwulen oder so. Ja, ja, ja. Ja, du hast doch gar nicht aufs Tor geschossen. Ja. Jetzt wollen wir noch kein Tor haben. Wie passt die so hardcore eigentlich, ey? Suarez? Was sieht gut aus? Sehr wunderschön. Das war's. Souverän geklärt. Und? Arjen Robbennäumbalbesitz. Ah! Diese Wichser penetriert, Alter. Ja! Oh! Die machen die das einfach! Der Pisser. Das ist ja tatsächlich so betont, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Das ist krass, Alter, ne? der will uns treu was 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 du bist blau nein du was du Idiot was war das denn für ein Krüppel oh das ist ja keine einfache Situation weil ein Elfmeter den hätt er nicht haben können ja der hätte gar nicht springen müssen der hätte einfach nur seine Arme ausdrücken müssen Puh ich will wieder blau sein leib mich ein die Fraps hatte ich auch nett an also